Du, jetzt haben wir den Rudi schon wieder aus dem Plantagenklaut aus dem Garten raus, gell? Hast du das gehört? Hä? Jetzt haben wir den Rudi schon wieder aus dem Plantagenklaut aus dem Garten raus, gell? Wenn du mich fragst, ich frag dich aber gar nicht. Da steckt bestimmt der Junge aus dem 4. Städt dahinter. Aber der ist doch gar nicht jung. Das ist mir scheißegal, aber der steckt dahinter. Der ist doch gar nicht jung. Der ist doch gar nicht jung. Der ist doch gar nicht jung.